Salut mes amis, ciao amici! Was in Italien Polo Alvino isst, oder in Deutschland Hähnchen mit Wein, ist in Frankreich Cocoa Vin. Cocoa Vin wird mit Rotwein zubereitet und ich möchte euch heute eine ganz einfache Art und Weise zeigen, wie ihr dieses leckere Gericht auf den Tisch bekommt. Was brauchen wir dazu? Wir haben hier halbe Hähnchenschenkel, Karotten, Knoblauch, Schalotten, Rosmarin, Laubeer, Thymian, Rotwein, Gemüsebrühe, ihr könnt aber auch Geflügel vornehmen, Salz und Pfeffer. Als allererstes werden wir unser Hähnchen mit den Zutaten einlegen. Dazu habe ich eine Schützel vorbereitet. Ich nehme hier schön mein Hähnchen hinein, die Karotten, die Schalotten. Ich nehme hier sehr gerne Schalotten, statt weiße Gemüsezwiebeln, weil die einfach auch aus der französischen Küche nicht wegzudenken sind und sie haben ein bisschen einen feineren Geschmack. So, die Kräuter natürlich, die kommen mit rein. Und jetzt fülle ich das Ganze mit dem Rotwein auf. Ich habe jetzt hier etwa einen halben Liter genommen. Ihr könnt natürlich auch einen ganzen Liter nehmen. So, ich gebe das Ganze ein bisschen rein, dass schön überall was hinkommt. So, perfekt. Und diese ganzen Zutaten, die werden sich jetzt schön vollsaugen damit. Ich decke mir das zu. So, stellen wir es zur Seite. Und ich lasse es jetzt etwa drei bis fünf Stunden vor sich hinziehen. A tout à l'heure, wir sehen uns später. Wollen wir doch mal sehen, wie unser Hähnchen aussieht. Ah, das riecht wunderbar. Perfekt. Ich schalte hier jetzt schon einmal meinen Topf an. Wir braten danach nämlich unser Hähnchen an. Ich tupfe, ich nehme das jetzt schön raus. Man sieht jetzt auch, die Farbe hat sich natürlich verändert durch den Bein. So, nehme ich mir das so raus. Perfekt. Und tupfe mir das ab. Damit ich natürlich dann nachher auch schön die Röstaromen habe und mir dieses Hähnchen nicht gekocht wird, sozusagen. Gut. Das hatte ich ja vorhin in den Zutaten vergessen, aber natürlich brauchen wir auch ein bisschen Öl. Ich habe mich jetzt hier um ein Rosmarinöl entschieden. Ihr könnt aber auch ein Grabesöl nehmen oder auch ein Olivenöl. Meine Karotten nehme ich natürlich auch noch raus. So, die können dann hier ein bisschen auch abtropfen. Jetzt denken wahrscheinlich die meisten von euch, ist denn der verrückt, das auf einem Küchentuch zu machen? Das ist Rotwein. Ich kriege doch die Rotweinflecken nicht mehr raus. Das Küchentuch ist rot. Aus diesem Grund habe ich das gewählt. Ihr könnt natürlich auch ein ganz normales Haushaltstuch nehmen. So, braten wir das Ganze ab. So, wunderbar. Man riecht schon die herrlichen Röstaromen. Die steigen einem hier richtig schön in die Nase. So, also braten wir das richtig, richtig schön scharf an. Ja, weil hier, hier ist der ganze Geschmack. Hier entfaltet sich nachher das gesamte Aroma. So, ich haue hier jetzt noch die Karotten und die Schalotten jetzt rein. So, perfekt. Lassen wir das Ganze jetzt schön anrüsten. Schaut euch das mal an. Das hier, was ihr hier unten seht, dieses Braune, das ist zu verbrannt. Das nennt sich einen Bratenansatz. Und den braucht ihr auf jeden Fall, um hier Geschmack reinbringen zu lassen. Ich schaltiere jetzt ein bisschen runter, lege etwas von meinem Fond, respektive, ich habe mich jetzt für eine Brühe entschieden. Ihr könnt aber natürlich auch in den Geflügel vornehmen. Und macht etwa die Hälfte, mache ich jetzt hier hinein. Da steigt einem schon ein herrlicher Duft in die Nase. Also eigentlich ist er schon die ganze Zeit in der Nase. Ich nehme jetzt hier aus meinem Rotwein die Lorbeerblätter heraus. Das hat der einzige Grund dafür ist, Lorbeer wird in diesem Gericht, bleibt es zu lange drin, wird der bitter. Und dann bekommt dieses Gericht eigentlich so eine bittere Note. Das muss nicht sein. Deswegen nehme ich das raus. Die anderen Kräuter, die lasse ich vorerst mal noch drin. Und ich nehme diesen ganzen Sud mit den Kräutern und mache den hier mit in unseren Topf. Deckel drauf. Und nun darf das Ganze etwa eine Stunde vor sich hin kochen. Oder wie ich es auch gerne sage, leise vor sich hin kochen. Es schmort dann schön, die Aromen entfalten sich. Und danach komme ich wieder und wir machen weiter. Ihr müsstet das riechen. Es riecht fantastisch. Wir nehmen jetzt das Ganze hier aus dem Topf heraus. Denn wir machen ja jetzt unser Sößchen. Und das Letzte. Schaut euch das an. Ohne Soße sieht das aus. Und jetzt kommt das hier in den Öl. Und ich reduziere jetzt mein Sößchen hier. Nämlich ein. Dazu nehme ich mir wirklich nur die Flüssigkeit. Und da ist jetzt mein ganzer Geschmack drin. Schaut euch hier bei dieser wunderbare Farbe an. Das ist schon richtig vielversprechend. Ich habe jetzt hier den Herd eingeschaltet. Das Ganze wird sich jetzt noch einreduzieren. Und was ich jetzt mache. Ich binde jetzt meine Soße. Dazu habe ich ein ganz normales Schüsselchen hier genommen. Ein bisschen Mehl mit rein. Ich mache jetzt etwas von diesem Sud, von diesem Rotwein-Gemisch. Mache ich jetzt rein. Und werde mir das Ganze hier schön in diesem Schüsselchen zu einer Art Brei zusammenrühren. Und diesen Brei, den wir jetzt hier gemacht haben, den füge ich hier einfach dazu. Der wird sich auflösen und wird so meine Soße binden. Was ich euch natürlich auch noch empfehlen kann, ist, dass ihr Speisestärke macht. Das könnt ihr natürlich auch nehmen. Lass es ganz euch überlassen. Ich persönlich mache es wirklich noch nach dieser ganz alten Methode mit Mehl. Aber wie gesagt, das könnt ihr also wirklich halten, wie ihr wollt. Wir lassen das jetzt einreduzieren und sehen uns gleich wieder. Schaut euch dieses Süßchen an. Ist das nicht herrlich? Hat das nicht eine wahnsinnig herrliche Farbe? Und jetzt zeige ich euch einen ganz simplen Trick, wie ihr noch mehr Glanz, Geschmack und Bindung in die Soße reinbekommt. Ich habe hier ein Stück kalte Butter. Das ist wichtig, ich betone es extra, es ist kalte Butter. Denn diese kalte Butter bewirkt, dass die Soße noch ein bisschen Bindung bekommt. Die kommt jetzt hier noch mit rein und die lasse ich direkt hier mit schmelzen. Unsere Butter schmelzt schön vor sich hin. Ich schmecke meine Soße jetzt ab. Ich habe jetzt hier ein bisschen Flirtisale. Auf Französisch, Flirt d'Asel. Und schön reichlich Pfeffer mit in die Soße. Wunderbar einrühren. Das Salz löst sich jetzt auf. Und ich schmecke meine Soße jetzt ab. Schaut mal, wie toll die ist. Da muss man ja Lust drauf kriegen. Da muss man einfach Lust drauf kriegen. Ich empfehle auch immer, schmeckt bitte euer Essen ab. Nur so könnt ihr wirklich wissen, ist es gut, ist es nicht gut. Wollt ihr es schärfer, wollt ihr es salziger oder wie auch immer. Es ist Poesie. Es ist französische Poesie. Nehmen wir unser Hähnchen raus. So. Handschuhe anziehen. Man will sich ja schließlich nicht die Pfötchen verbrennen. Das habe ich jetzt hier während der ganzen Zeit auf ca. 80 Grad im Ofen gehabt. So. Und jetzt nehme ich hier ganz einfach unser schönes Söschchen. Und nehme es hier mit drüber. So. Oh, das riecht, Leute. Das riecht. Dieses Aroma. Und ihr seht ja auch, dass sich die Butter aufgelöst hat. Das Mehl aufgelöst hat. Es ist also alles schön stimmig. So. Hinge jetzt hier noch ein bisschen Rosmarin mit rein. Das Auge ist ja mit. Halt. Den lasse ich besser an. Und schaut mal, was für ein wundervolles Gericht wir kreiert haben. Ich würde sagen, das macht eine gute Figur. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen ganz guten Appetit. Ach, übrigens. Etwas Reis oder eine Kartoffelpüree passt wunderbar dazu. Lasst es euch schmecken. Das Auge ist ja mit dem, was für ein wundervolles Gericht hat.